Inbas Summer School Zum 30. Jubiläum von Inbas lädt das Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik dazu ein, im Rahmen der Inbas Summer School gemeinsam weiterzulernen. Freuen Sie sich auf sieben Veranstaltungen zu den folgenden Themen. Erstens, kompliziert gleich kompetent, einfache Sprache im Bildungs- und Fachsprachenbereich. Zweitens, über sich selbst lernen, Selbstreflexion als ein Baustein guter Beratung. Drittens, besser lernen mit VR-Brillen, Chancen und Herausforderungen in der beruflichen Ausbildung. Zukunft der Arbeit, Arbeit der Zukunft. Fünftens, what makes Career Guidance and Counseling successful? Sechstens, Nachhaltigkeit, Bildung und Strukturveränderungen. Siebtens, Fachkräftesicherung in der Pflege vermitteln und die Relevanz der Gewinnung von internationalen Pflegefachkräften für das Themengebiet einordnen. Melden Sie sich jetzt an. Die ersten 30 externen AnmelderInnen erhalten eine kleine Überraschung. Inbas Summer School Die erste 30verseer being in der Pflege,... ….